Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Blog rum das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute hier am High Impress von Louis Oberschell. Wir machen hier heute eine exklusive Backstage-Reportage. Ihr seht, wenn man den Kompressor hört, hat die Kirmes noch nicht auf. Ja, freut sich auf viele spannende Einblicke über die Technik, über die Verriegelung der Gondeln zum Beispiel. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Neben mir steht Louis Oberschell. Hi Louis. Schön, dich mal wiederzusehen hier am High Impress. Und viele kennen dich, aber einige kennen dich auch noch nicht. Vielleicht stell dich einmal kurz vor. Ja, ich bin der Louis Oberschell, bin 22 Jahre und bin vom High Impress. Mein Vater besitzt den High Impress, den bin ich jetzt am Übernehmen seit diesem Jahr. Vorher war ich auch schon die ganze Zeit am High Impress, aber seit diesem Jahr ist er dann offiziell im Einer. Ich glaube, das war ein besonderer Moment für dich. Du bist am High Impress im Prinzip aufgewachsen. Ja, genau. Ich bin aufgewachsen. Ich bin schon seit klein auf, seit wir das Fahrgeschäft haben, bin ich natürlich mit dabei. Das war 2007. Seit 2007 haben wir den High Impress. Ja. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt hier in Soos und ich merke, du bist noch ein bisschen nervös hier, weil ihr seid quasi vorm Aufmachen hier. Ja, also es geht jetzt gleich um zwei Uhr los. Jetzt sind wir gerade noch die letzten Vorbereitungen am Machen. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Pflege und Prüfung. Jetzt machen wir immer ein Ein und dann geht es gleich los. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt nämlich mal mit, weil der Luis hat gesagt, da wird gerade noch eine ganz interessante technische Sache vorbereitet und das wollen wir euch mal direkt zeigen. Wir sind jetzt hier mitten am Geschäft angekommen, Luis. Normalerweise herrscht da hier richtig Aufregung, bevor man mit dem Geschäft losstartet. Genau. Und ich sehe deine Jungs, die sind gerade hier noch am Arbeiten. Was machen die gerade? Vielleicht gehen wir da mal kurz rüber und zeigen das mal gerade, was hier passiert. Ja, genau. Also jeden Tag, bevor es natürlich losgeht, bevor der normale Kirmesbetrieb losgeht, sind wir immer noch Wartungen am Machen. Das dauert so im Schnitt zwei bis drei Stunden sind wir immer dran. Ja, bei der Wartung wird überprüft, ob die Schrauben noch alle sitzen. Dann wird eingeschmiert. Gleichzeitig wird noch ein bisschen gepflegt. Also überall, wo wir prüfen, wird auch mit Lappen dann nochmal drüber gegangen, damit alles schön sauber ist zum Aufmachen. Jetzt gerade bei meinem Mitarbeiter hier eine Gondel auseinander. Da überprüfen wir jetzt einmal die Gondelverriegelung. Die kann ich dir jetzt gleich einmal zeigen. Das machen wir eigentlich auch so jeden Tag. Gucken wir mal eine Gondel so nach. Und was kontrolliert ihr? Das sind ja verschiedene Sensoren. Das ist einmal, ich denke, jeder Bügel ist einzeln überwacht. Ja, genau. Und sind das Nährungssensoren? Oder wie nimmt der Wahrheit das dazu ist? Weißt du was? Die Sensoren kann ich dir jetzt gleich einmal zeigen. Wir haben an jedem Bügel drei Sensoren. Also sie sind dreifach überwacht. Das ist ja echt Wahnsinn, ja. Dann wird der Bügel noch doppelt verriegelt. Kann ich dir jetzt auch gleich einmal zeigen, sobald es offen ist dort. Ja, ich denke, den Einblick habt ihr auch noch nicht bekommen, weil ich finde das auch super spannend, mal sozusagen hinter das Gehäuse zu gucken, wie so eine Bügelverriegelung eigentlich funktioniert. Ja, wie du einmal siehst, haben wir hier einmal einen Sensor setzen. Der wird für diese Klammer hier, das ist die Zweitsicherung, dass es, falls hiermit mal irgendwas passieren sollte, toi toi toi, das ist bis jetzt auch nicht passiert. Ich hoffe, es wird auch nicht passieren. Nicht passieren, ja. Dann kann der Bügel nicht weiter wie so ein Stück aufgehen. Das ist quasi dann die Zweitsicherung. Also weiter geht er dann nicht auf. Ja, hier auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen Sensor. Der wird jetzt gerade nicht berührt, weil der Bügel geschlossen ist. Und sobald der Bügel ein bisschen auf ist, wird der Sensor hier auch berührt. Und dann habe ich auch am Fahrpult, die keine Freigabe, weil der Bügel noch geöffnet ist. Geöffnet ist dann, ja. Ja, und das Ganze wird dreimal überwacht. Also wie gesagt, mit drei Sensoren. Einmal hier, einmal auf der anderen Seite, damit der geschlossen ist. Und innen drin sitzt dann auch nochmal einer. Ja, das ist Wahnsinn. Also vor allen Dingen gerade Sicherheit geht auf jeden Fall vor bei diesen Fahrgeschäften. Und vor allen Dingen hat er ein gutes Gefühl, dann mitzufahren. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man weiß, dass sowas passiert. Und wer hat das Ganze hergestellt ursprünglich? Der Hersteller von dem Fahrgeschäft ist Fabri aus Italien. Das Fahrgeschäft wurde 2003 gebaut. Ja, 2007 haben wir es übernommen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und wie gesagt, ich finde es total spannend. Ich weiß noch, als ich auch wieder in Düsseldorf auf dem Pop-Up-Freizeitpark war, an der Messe. Wie hieß der nochmal? Düsseldorf, ne? Düsseldorf, genau. Und ich finde, dein Geschäft lädt auch immer total zum Verweilen ein. Einfach nur zugucken, ne? Ja. Weil die Leute, das fällt dir bestimmt auch selber oft auf, dass da einfach Leute davorstehen und dann eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach zugucken, oder? Ja, da versuchen wir uns ja auch Mühe zu geben. Genau das wollen wir ja auch erreichen. Dass die Leute nicht nur innen drin ein schönes Gefühl haben, sondern auch wenn sie vorne vorstehen. Also wir wollen wirklich für jeden was bieten. Nicht nur für die Fahrgäste, die einschränken, sondern wie gesagt, auch zum Zuschauen. Da haben wir ja auch viel Show. Oder wir versuchen es, wir geben immer unser Bestes. Und ja, ich glaube, damit sind wir bis jetzt ganz erfolgreich. Ja, und das eigentlich immer, wenn man lange ein Geschäft hat, ne? Das spricht dann auch immer für den vielen Erfolg dann für so ein Geschäft, ja? Ja, Luis, und was ist eigentlich dein Lieblingseffekt hier am Fahrgeschäft? Mein Lieblingseffekt, ja, das ist schwierig. Also eigentlich machen alle Effekte Spaß. Der Feuereffekt ist abends natürlich am besten, wenn der Rad ein bisschen passt mit der Musik, wenn es gerade abgeht und dann die Feuerwehreffekte einsetzen, das ist schon cool, ne? Ansonsten, die Lufteffekte sind auch sehr schön. Du hast ja einen Lufteffekt, der Lufteffekt ist ganz witzig, ne? Was macht der genau? Ja, im Grunde genommen tut er die Leute erschrecken. Das kann ich dir dann später beim Betrieb einmal zeigen. Ja. Und ja, ansonsten, der Wassereffekt ist eigentlich auch klasse, ne? Der spritzt nochmal sechs Meter hohe Wasserfontäne, kommt vorne raus. Den kenne ich noch gar nicht. Hast du neu? Ja, ziemlich neu, ja. Ja, was ich meine, also Wasserfontäne ist schon stark hier. Ja, und du lässt dir ja auch, wenn ich das so sehe, immer wieder was Neues einfallen hier im Geschäft. Und gerade auch dieses, ich finde wichtig, dieses mittendrin, gerade diese Movingheads, ne? Die erzeugen ja nochmal mit Nebel nochmal so ein wirkliches Gefühl, so mittendrin dabei zu sein, ne? Und dieses Fahrerlebnis wirklich intensiv zu betreiben. Und gerade, ich habe das zu deinem Vater auch gesagt, ich finde immer cool, wenn man die Fahrt gemeinsam erleben kann als Fahrgast, ne? Und auch hier ist man sozusagen eine kleine Gruppe dann immer von vier Personen, die sich gegenüber sitzen. Ja, genau. Und ich finde das witzig zu sehen, wie der, wie der Gegenüber halt, die Fahrt fahren, ne? Jetzt bin ich auch der Meinung, dass, wenn man sich sieht, es macht die Fahrt mehr Spaß, wenn man als Gruppe zusammen sie sieht. Das ist auch so. Und ja, und ich finde auch, das Ganze verbindet. Morgen, ach, hi, Frank, und hier ist der Frank. Hallo, Frank, komm mal hier rein, da kannst du auch mal kurz hier. Hallo. Hallo, ja, Frank, grüß dich. Schön, dich auch mal wieder zu sehen hier. Er ist gar nicht erkannt hier. Ja, und wir sind ja bei dir gewesen, ich sagte gerade schon auch zum Luis, das ist ja wirklich toll, dass man ja auch hier die Fahrt zusammen miterleben kann, ne? Und der Luis ist ja mehr oder weniger auch hier im Geschäft aufgewachsen. Er sagt, hat er es dieses Jahr von dir übernommen. Ja, und ich denke, das war auch für dich ein besonderer Moment, Luis, oder? Ja, klar. Habt ihr das vorher vorbereitet oder, Frank, hast du irgendwann gesagt, hier, pass mal auf, Luis, dieses Jahr bekommst du das Geschäft? Das war eigentlich schon geplant, das ist halt dann, hat lange Vorbereitung gedauert, aber geplant war es. Dann kam ja jetzt auch Corona dazwischen, da wurde dann auch nochmal alles nach hinten geschoben. Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber jetzt geht es ja langsam wieder bergauf. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die Soester Kirmes, die ist ja wirklich sehr imposant, ne? Durch die ganze Stadt durchgebaut und das ist auch nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis. War das schon mal hier in Soest? Ja, wir sind eigentlich öfters hier, freuen uns jedes Mal, wenn wir dabei sein dürfen. Und ja, für uns ist es auch eine besondere Veranstaltung. Ich wurde damals, das war sogar meine erste Veranstaltung als Baby, das hier war meine erste Kirmes, direkt aus dem Krankenhaus, bin ich hierhin gekommen. Und ja. Das ist schon, ja, das ist auch eine besondere Bedeutung dann, oder? Für einen selber dann, ja. Ich sehe, dein Vater, der kontrolliert dann auch immer so ein bisschen, ne? Kann ich auch verstehen, der kennt ja auch quasi jede Schraubie vom Geschäft dann, ne? Und verschafft sich dann einen Überblick. Ja, Louis, was wird denn sonst noch gewartet neben der Bügelverriegelung an so einem Geschäft hier oben? Ja, ansonsten hier oben wird nicht mehr viel gemacht, das meiste passiert dann unten drunter. Sollen wir uns das mal zusammen anschauen? Das können wir mal. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Dann ziehen wir mal jetzt hinter die Platte. Wir stehen jetzt unterm Heil im Press von Louis Oberschelp. Ja, Louis, und das ist für mich, als auch, glaube ich, für die Zuschauer, einer immer sozusagen der Highlight, zu denen, wirklich den Blick auch hinter die Technik zu bekommen, ne? Ja, und welche Anlagenart sehen wir jetzt hier unten drunter, welche Baugruppe ist das jetzt, ist das der Antrieb für die Platte oder was, 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 was? Ja, wir befinden uns jetzt hier unter der Scheibe. Hier befindet sich der Motor von der Scheibe, also der treibt die Scheibe an. Ja, wie gesagt, das hier ist der Motor. Ja. Und ab hier beginnt dann das Getriebe. So, auf dem Getriebe sitzt dann ein Ritzel drauf. Das treibt dann den großen Zahnkanz hier hinten an. Ja, dadurch dreht die Scheibe sich. Ja, und das ist dann die traditionelle Kugeldrehverbindung. Genau, die Kugeldrehverbindung. Das ist dann hier, das ist das hier, was zwischen den Armen und der Scheibe, was einander verbindet, was sich dann dreht. Ich sehe da vorne so Nippel, das sind wahrscheinlich die Schmiernippel, oder? Ja, wir haben hier vorne vier Schmiernippel. Wir haben einmal zwei auf der Seite, zwei nochmal auf der anderen Seite. Da kommt auch jeden Tag kommen da zehn Schläge Fett rein in jeden Nippel. Und ja, ansonsten müssen wir den Drehkanz auch noch einmal abschmieren. Das findet sich dann hier drinnen. Wurde gerade frisch eingeschmiert. Wie man sieht, da wird jeden Tag neues Fett draufgekült. Ja, wie viel Fett braucht der für jedes Geschäft so im Schnitt? Das ist ganz interessant, das ist auch ganz unterschiedlich. Eine Sache braucht eine Tube für ein Jahr oder so ein Kilo für ein Jahr? Ja, also wir schmieren schon, von uns aus schmieren wir eigentlich sehr viel ab, weil es ist besser für das Tageschef. Je mehr man schmiert, desto besser ist es. Ja, vor allem? Ja, wir haben immer so eine Literdose, die hält zwei Wochen zum Einschmieren von dem Zahnkranz. Und ansonsten haben wir nochmal verschiedene Tuben, um das Fett reinzupumpen in dieses Schmiernippel. Und davon brauchen wir auch alle zwei Tage eine Tube. Luis, was sehen wir jetzt hier an der Stelle? Wir befinden uns jetzt gerade unter dem Gondelkreuz. Und hier sieht man einmal die Schleifringe. Darüber wird dann, ja, die Verriegelung, die Elektronik, wird darüber gesteuert, das Licht. Also, da kommt der ganzen Strom her. Ja, das ist auch witzig, was zu sehen, weil die Schleifringe, die sieht man tatsächlich nicht so oft. Das ist quasi die Stromübertragung von Überbürsten dann. Genau. Auf das... Ja, genau. Hier sind einmal die Polenhalter. Und die bleiben ja fest hier an dieser Platte dran. Und die Gondelhansicht dreht sich ja. Also der Ring hier dreht sich. Weil man kann ja kein Kabel hinterherziehen, wenn sich was dreht. Ja, genau. Hier in der Mitte verläuft die Luftleitung lang. Die sitzt genau mittig. Und das Ventil dreht sich dann immer in der Mitte mit, dass immer Luft während der gesamten Fahrt drauf ist. Dann zur Verfügung stehen, ne? Genau. Ja, hier sehen wir dann in der Heimat den Hauptantrieb. Also von den Armen. Da ist das Ganze eigentlich nochmal dasselbe Prinzip, nur ein bisschen größer. Hier haben wir ein sehr großes Empfangkanz. Hier sieht es man auch nochmal besser. Hier wurde auch frisch abgeschmiert. Ja, dahinter sitzt dann ein großes Getriebe und dann dahinten der Motor wieder dran. Ja. Ja, also im Prinzip dasselbe wie vorne, nur in doppelt so groß. Nur nochmal größer, ja. Ja, man sieht auch das große Rad. Das sieht ja gewaltig aus. Und ich finde das auch ganz schön, wenn man das mal sehen kann. Mit wie vielen Umdrehungen dreht sich das jetzt hier? Der Arm, der hat 10 Umdrehungen pro Bindung. Ja, 10 Umdrehungen. Ja, und die Scheibe, die hat 20. Die hat 20 Umdrehungen, klar. Ja, das ist interessant. Also gerade, ich glaube, ich war bei der Turbine gewesen hier, von dem Aaron Abercon. Da war auch super spannend zu sehen, wie schnell sich das Geschäft damals gedreht hat. Ja. Und im Prinzip ist es ja so, könnte man schon fast sagen, von der Art der Vorgänger von dem Geschäft, weil es ja viel älter ist. Ja. Aber das ist natürlich hier gerade von diesen Möglichkeiten, dass man es nicht nur hoch anheben kann. Dann kannst du Geschäfte anheben, oder beziehungsweise es wird so angehoben, und es dreht sich ja dann auch nochmal, oder? Ja, und der hier hat keinen Hebearm, aber dafür drehen die Gondeln sich hier nochmal. Ja, für die Gondeln und die Diagonale, der dreht sich beim, wenn er sich dreht, dadurch hat, dass er die Schräglage hat. Dadurch geht er hoch, genau. Das ist auch so beim Gravity, ist ja dasselbe Prinzip, bloß noch mal, dann hat er nochmal einen Hebearm und dann geht er nochmal ein Stück höher nach. Ja. Dann Luis, wie seid ihr eigentlich damals auf die Thematisierung gekommen hier, High Interest? Ja, die Thematisierung war eigentlich schon so angelegt. Der Name war auch schon High Impress. Und ja, so mit der Art, den Rohren und so, so ein bisschen Industrie, warst du ja schon, und da haben wir uns überlegt, wie geht man weiter da rein, ne? Ja, dadurch ist dann immer mehr diese Industrie entstanden, ne? Boah. Ja, und ihr seid ja damit immer noch aktuell, ne? Wenn man zum Beispiel Phantasien hier Rookberg, zum Beispiel sieht, ne? Was ja auch im Steampunk oder auch in diesem Industrie-Style ist, ist das Geschäft auch nach wie vor auf dem Zahn der Zeit, ne? Und spricht auch das Publikum an, ne? Das ist auch unser Ziel, tagsüber machen wir ein bisschen langsamer, ein bisschen familienfreundlicher, ne? Und abends, wenn dann mehr Jugendliche da sind, dann geben wir auch ein bisschen mehr Gas. Ja. Und dann, mit den Lichteffekten, sieht das alles nochmal ein bisschen schneller aus. Ja. Und, ja. Ja, das macht es auch imposant, ne? Und ich finde, ihr habt die Körpergröße, da habt ihr Glück, weil viele Fahrgeschäfte sind ja jetzt ab 1,40 m, ne? Und wenn ihr ab 1,30 m schon mitnehmen könnt, ist das natürlich echt eine super Sache, ne? Ja. Ja, man merkt, da war gerade dein Vater nochmal. Ja, wir sind jetzt jetzt wirklich mitten vom Aufbau, ne? Wann geht es heute genau los, Luis? Es geht so ungefähr um 2 Uhr geht es heute los. Ja, alles klar, ja. Das ist schon spannend. Ich bin noch nie auf dem Platz gewesen, jetzt hier direkt am ersten Tag, hier bei so einer Backstage-Reportage. Ja. Und man merkt auch einfach, dass hier nochmal so eine gewisse andere Dynamik, äh, ja, schon gegenüber haben wir gesehen, das ist so ein Fahrgeschäft, das ist der, das Chaos-Pendel, ne? Ja. Die sind gerade gestern noch hier spontan angekommen, ne? Und die sind jetzt noch am Aufbau und das ist total spannend zu sehen, wie das hier gerade nochmal auf der Kirmes abgeht. Ja, genau, hier ist auch ein bisschen anders. Also hier beginnt die Kirmes ja Mittwoch, normalerweise beginnt so eine Veranstaltung ja Freitag oder Samstag und die Veranstaltungen davor, die endet ja meistens Sonntag oder Montag, ne? Ja, genau. So, und wenn jetzt die Veranstaltung Montag endet und es hier ja schon wieder Mittwoch losgeht, dann ist es natürlich immer ein bisschen knapp, ne? Ja. Wir haben jetzt Glück gehabt, wir fahren hier vorhin in Lippstadt, da hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Gut, das heißt Zeit, zwischendurch haben wir noch in Kranger aufgebaut, da sind wir nochmal auf dem Kranger Weihnachtsmarkt, also die Tage. Ja, da haben wir noch eine Rutsche, eine Rodelbahn. Ah, ihr habt eine Rodelbahn, so eine Wellenrutsche? So eine Wellenrutsche, genau. Ah, cool. Die ist auch ein bisschen Weihnachts nicht so thematisiert, damit sind wir auch jetzt nur eigentlich immer auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ja, und ja, wie gesagt, wir hatten jetzt zwar ein paar Tage hier Zeit, aber ja, da sind wir dann zu den anderen Fahrgeschäften gegangen oder Geschäften. Ja, ich glaube, das ist auch super interessant, so Weihnachtsmarkt, ne? Und gerade in Kranger, ne? Dieser Weihnachtsmarkt, der nennt sich, glaube ich, Winterzauber, ne, oder? Kranger Weihnachtszauber, ja. Kranger Weihnachtszauber, ja. Das ist im Prinzip eine Kirmes kombiniert mit Weihnachtsmarkt, ne? Ja, genau. Da gibt es einen riesen LED-Baum, habe ich gesehen, ne, auch in der Vorbereitung, und ihr steht da mit der Rutsche, ne? Und für High Impress, ist das der letzte Platz dieses Jahr oder war da noch irgendwo hin? Nee, für den High Impress hier, so ist die letzte Veranstaltung. Ja, für den High Impress macht aus meiner Sicht Weihnachtsmarkt nicht so viel Sinn, ne? Weil, wenn man hier mit der hohen Geschwindigkeit, sozusagen, durch die Kälte dann fliegt, dann macht es nicht so viel Sinn, oder? Wie ist deine Wahrnehmung da? Ja, gut, ist von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Hier in Soos zum Beispiel sind es die Leute auch gewohnt, in der Winterjacke Karussell zu fahren. Ja. Und, ja, es gibt auch gute Weihnachtsmerke für Fahrgeschäfte. Ja, aber wir sind im Weihnachtsmarkt, da sind wir schon ausgelastet. Da sind wir einmal in Kassel, in Göttingen und, ja, wie gesagt, in Kranger. Und wir sind ausgelastet, Weihnachtsmarkt. Ja, das ist auch... Mit anderen Geschäften. Ja, vielleicht will man auch bewusst mal diese etwas ruhigere Zeit im Jahr haben, oder? Wenn man die ganze Zeit immer im Fahrgeschäft unterwegs ist, wie... Ja, es ist mal Abwechslung, ruhiger ist es nicht. Es ist auch ein noch anstrengender Weihnachtsmarkt. Es sind natürlich 30 Tage am Stück, wo wir nicht einmal vernünftigen Mittagessen können, sage ich jetzt mal. Weil wir sind... Die Weihnachtsmarkt, die gehen ja morgens mal schon um 10 oder 11 Uhr los. Bei Kranger haben wir jetzt Glück. Das geht ein bisschen später los. Aber die anderen, wo wir in Kassel sind, da haben wir nochmal Bratapfel, Apfelringe und eine kleine Kindereisenbahn haben wir da stehen. Ja. In Göttingen haben wir nochmal ein kleines Nostalgie-Riechen gerade stehen und das ist dann auch schon ein bisschen anstrengender. Ja, das stimmt. Ihr habt relativ viele Fahrgeschäfte. Ihr habt Geschäfte, habt ihr auch Imbiss oder Betriebe oder Gastronomiebetriebe? Ja, genau. In Kassel haben wir ja Bratapfel und Apfelringe. Aber das machen wir nur zu Weihnachtsmarkten, weil sowas ist dann auf dem Weihnachtsmarkt meistens attraktiver wie so ein Fahrgeschäft. Ja, Luis, was magst du besonders gerne auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, die Abwechslung. Es ist immer wieder ein Unterschied zur Kirmes. Ich habe jetzt das ganze Jahr wieder Kirmes gemacht und da freut mich dann auch mal unsere anderen Geschäfte wieder aufzubauen und da ein bisschen dran zu arbeiten. Und ja, auf dem Weihnachtsmarkt ist es dann nochmal anders. Ja, die Weihnachtsmarkt ist dann auch immer anders. Die Stimmung, gerade vor Weihnachten, die Weihnachtsmusik. Ich finde, wenn man ständig ist, durch die Stadt geht, gerade an Weihnachten, man hat dann immer die Weihnachtsmusik. Manchmal ist die schön, aber manchmal geht es einem auch auf die Nerven, oder? Ja, also. Wenn man 30 Tage Odo Fröhlich am Weihnachtsmarkt gehört hat. Ja, genau. Ein kranger Weihnachtszauber, der fängt jetzt am 17. an und geht dann bis zum 30. Es sind so über 30 Tage. Und ja, wenn du dann jeden Tag Weihnachtslieder hörst, dann bist du froh, wenn du Heiligabend keine Weihnachtslieder hörst. Wenn du geschlossen bist, dann hören wir zu Hause und keine Weihnachtslieder mehr. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, Luis, und apropos Thematisierung. Ich habe hier gerade eben mal raufgeguckt. Ja. Und vielleicht wechseln wir nochmal gerade in die Position. Ihr habt eine neue Rückwand bekommen, ne? Ja, die Rückwand habe ich dieses Jahr neu gemacht. Die wurde komplett neu verblecht, lackiert. Die Beleuchtung an der Rückwand wurde neu gemacht. Davor das Jahr hatten wir noch den Arm neu lackiert. Oder davor in Kronen hatte ich den Arm komplett lackiert. Die habe ich auch selbst gemacht. Das Licht wurde da auch erneuert. Sieht doch gut aus. Hast du das mit der Pistole gemacht? Ja, mit der Spritzpistole. Ich habe gesehen, der Marvin Dresen, der hat am Polypen auch. Hast du gesehen, der hat die Folien weggemacht an den Drehkreuz. Und da hat sie auch einfarbig lackiert. Ich glaube, das ist auch für die Haltbarkeit vom Geschäft besser, oder? Weil die Folien oder so, die werden ja schon mal beschädigt, je nachdem. Ja. Und gerade hier bei so tragenden Teilen, beziehungsweise was heißt tragenden Teilen, weil es ja jetzt hier wirklich eigentlich das Herzstück vom Geschäft, ne? Da will man ja auch, wie du jetzt sagst, hier, das muss ja super aussehen, ne? Ja. Ja, also da gucken wir immer drauf, dass es natürlich super aussieht. Der Gravity zum Beispiel, da ist jetzt alles poliert, oder fast alles. Da wurde alles beklebt, aus zwei Gründen damals. Und ja, beim Einbriss, der Arm wurde lackiert, ist ja einfarbig. Ich wollte aber auch keine Beklebung drauf haben, nichts Großartiges. Ich finde, das muss auch nicht. Die Lichteffekte mit den Blitzen, die man da sieht. Genau, wir haben ja Deko-Teile drauf und von daher, halt das, glaube ich, ne? Deko-Elemente, ja, das weiß ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was da drauf ist, weil, wie gesagt, die Rückwand ist schon sehr imposant. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Rückwand, Luis. Und vielleicht erklärst du mal, was man genau auf der Rückwand sieht, beziehungsweise was man sich einfallen lässt. Und das ist jetzt wirklich, das lackiert, ne? Ist das eine Folie, oder hast du das lackieren lassen? Nein, nein, die Rückwand, die ist bedruckt. Die Bleche wurden bedruckt und dann wurden sie anschließend zum Lackierer nochmal gebracht. Und da wurden sie dann geklarlackt. Ja, das sieht tatsächlich sehr gut aus. Also, es ist, danke, es ist keine Folie. Das wollte ich nicht, das gefällt mir persönlich nicht so bekleben. Und ja, ich finde, das ist eine gute Alternative. Wie bist du aufs Motiv gekommen? Hat das jemand für dich ausgesucht? Oder hast du gesagt, du hast eine bestimmte Vorstellung gehabt? Oder was sieht man hier? Ja, genau. Also, wir haben ja unseren Designer, der unsere Fahrgeschäft designt. Der hat auch unseren Mr. Gravity designt. Ja, und den habe ich auch gesagt, so in der Richtung ungefähr. Und dann hat er sich da was zu einem fallen lassen. Ja, und so steht es jetzt hier. Ja, man sieht, ich weiß noch, was ihr seht, hier vorne ist jemand, der schweißt. Und ihr habt es auch auf den Plakaten, habt ihr das Plakat hier vorne auch neu? Ja, die Umbauplan. Ja, genau. Ich splende es euch immer wieder, ich splende es euch ein, das ist am einfachsten. Hier seht ihr zum Beispiel auch die Fabrikhalle. Da sieht man sozusagen Gondeln. Sind die von eurem Geschäft oder was sollen die Gondeln darstellen hier liegen? Das war damals unsere Gondel von unserem alten Fahrgeschäft, Moved hieß das früher. Ah ja, das Moved, das hat ja dein Vater mir gesagt, genau. Und ja, das wollte ich auch so ein bisschen eingebaut haben, so unsere alten Geschäfte. Auf der anderen Seite habe ich auch nochmal eine Gondel so stehen vom Mr. Gravity. Ja. So ein paar kleine Easter Eggs, nennen Sie das, ne? Ja, genau, die Easter Eggs. Und ich finde das wichtig, dass man sich sozusagen selber in so einem Fahrgeschäft auch verewigt. Und auch in der Mitte alles wieder sehr technisch, ne? Mit den Zahnrädern, mit dem Feuer. Ja. Und das passt auch, dieses High Impress, mit diesen Feuereffekten, hast du das Konzept jetzt wirklich auch sehr rund. Und gerade abends, ne? Ich finde, das Geschäft abends mit dem Nebel, mit diesen ganzen Leuchtelementen. Ja, das harmoniert, finde ich. Finde ich auch. Macht das echt was her, ne? Das, wie gesagt, das lädt einfach zum Anschauen ein. Und man guckt sich einfach dieses Geschäft dann auch immer eine ganze Weile an, ja. Ja. Ja, wir sind auch bemüht, immer was Neues zu machen. Also wir gucken immer, dass wir attraktiv bleiben. Jetzt hier für so ist, habe ich auch nochmal neue Schilder vorne am Eingang bekommen. Die könnt ihr auch gleich nochmal zeigen. Ja. Und, ja, wie gesagt, wir sind ständig dran. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Und ich hoffe, das sieht man dann auch am Ende des Tages. Ja, ich glaube, den Erfolg, den sieht man immer, wenn man so ein Geschäft lange hat, weiß man. Und das ist auch das, was es dann ausmacht. Ihr seid sympathische Leute. Die Leute kennen euch auf der Kirmes, ne? Die meisten sagen immer, boah, cool, dass ihr wieder da seid, zum Beispiel, ne? Und gibt es auch so ein besonderes Erlebnis, was du mal hier am Fahrgeschäft hattest? Das war mal ein Prominenter, der bei dir gewesen ist. Hast du mal, ich hatte hier ganz interessant bei Mario Wingen da, da kommt ja auch eine Backstage-Reportage. Der hat erzählt, da war ein Heiratsantrag zum Beispiel auch im Fahrgeschäft gewesen. Hat es bei dir auch schon mal sowas gegeben? Ein Heiratsantrag hatten wir noch nicht. Klar, viele Prominente hatten wir auch schon. Da kommen ja auch viel rum, ne? Und wie hast du da in Erinnerung geblieben? Ach, in Hamburg zum Beispiel ist er Jesus gefahren. Den kannten ja auch viele da und da standen natürlich auch die ganzen Leute vorne vor. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen, weil ich den gar nicht erkannt habe. Und ja, ich frage mich, dass die Leute auf einmal da alle stehen, ne? Und wir da hinten zeigen, ne? Da auf einmal will ich raus, dass man hier, da sitzt Jesus, ne? Kurita. Ja, das ist witzig, ne? Also das ist schon... Aber ansonsten, ja klar, es sind schon viele Prominente gefahren. Auch jetzt, wo wir in Düsseldorf waren, da waren auch sehr viele Prominente. Nein, aber das Schöne ist eigentlich, wenn die normalen Fahrgäste dann rauskommen oder die Kirmesfans sagen, danke, war wieder eine klasse Fahrt, toll, sowas freut uns natürlich noch. Das ist immer sehr schön, das zu hören. Ja, und ich finde, das Witzige ist, bei diesen Fahrgeschäften so oft so, wenn die Leute einmal anfangen zu fahren, dann reißt das irgendwie die anderen noch mit. Also oft stehen Fahrgeschäfte leer, keiner fährt mit, dann gehen die ersten zwei drauf und dann merkt man richtig, wie die Lemminge auch dann anfangen, dann mitzufahren. Und so soll es ja auch sein. Das zeigt ja auch wieder genau, was ich eben sagte. Die Leute wollen nicht allein auf so einem Geschäft sitzen, sondern die wollen dieses Wir-Gefühl haben. Die wollen, oder die Leute, die jetzt abends hier unterwegs sind, das sind ja, die wollen hier Party feiern, die wollen dieses Kirmeserlebnis haben. Und das hast du halt einfach, wenn du das als Wir-Gefühl mitnimmst mit vielen Leuten, diese Geschreie, die dabei sind, das macht es dann einfach aus. Ja, Louis, dann vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns hier unten gegeben hast. Und vielleicht schauen wir uns jetzt mal an, wie das ganze Geschäft bedient wird. Ja, können wir mal. Wir sind jetzt sozusagen im Herzstück von deinem Mr. Gravity, wollte ich schon sagen, im High Impress. Und vielleicht erklärst du den Zuschauern mal, wie das Ganze funktioniert. Ich sehe, du kriegst auch den Strom angezeigt, ne? Der Stromverbrauch ist auch ganz selten, dass das direkt mit hier drauf ist. Hat das einen besonderer Hintergrund? Ist das, weil die Anlage hier drin teilweise verbaut ist? Oder wie ist es dazu gekommen? Weißt du das? Ja, also das war alles schon damals da. Das Fahrpult hatten wir dann damals einmal neu gemacht. Aber wir haben die Elemente von den alten Fahrpulten alle übernommen. Wir haben hier Wechselstrommotoren. Von daher auch immer eine Stromschwankung. Und deswegen haben wir das hier auch alles schön angezeigt, dass wir das immer schön im Blick haben. Dass immer alles hier rund läuft. Ist das eigentlich schwierig, einen Stromanschluss in den Städten aufzubekommen? Wie macht ihr das? Meldet ihr das dann vorher an? Oder wie läuft das eigentlich gerade mit dem Thema Strom? Ja, genau. Also die Städte haben ja meistens, die wissen ja, was wir für Strom verbrauchen. Das steht ja bei uns alles in den Bewerbungen drin. Und ja, die verschwindenden Veranstaltungen haben dann auch immer die sogenannten Elektriker. Hier ist es jetzt die Firma Breilmann. Mit denen arbeiten wir ja auch viel zusammen. Die sind auch viel hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Die wissen auch schon immer direkt, was wir brauchen, welche Sicherung ich da brauche. Und ja, das sind fünf dicke Kabel, die müssen dann angeschlossen werden. Und dann kommt da eine 250 Amper-Sicherung vor. Vor dann, ja. Ja, echt spannend. Also ich muss sagen, gerade diese große Anschlussleistung ist immer spannend an so einem Geschäft. Ja, Luis. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Fahrt starten musst oder beziehungsweise was sieht man am Pult? Ist vielleicht einfacher einmal durchzuerklären. Ja, genau. Also zuerst werden ja unsere Bügel geschlossen. Und wenn alle Bügel geschlossen sind, leuchtet diese Freigabelampe, die leuchtet jetzt, da alle Bügel zu sind. Ja, und danach schließen wir die Türen. Das sind vorne am Bahnhof, am Eingang. Das kann ich dir auch gerade einmal zeigen. Ja, kann ich dir auch gleich nochmal fürs Video zeigen. Weil hier kann ich jetzt unsere Türen öffnen und schließen. Ja. Ja, die müssen dann auch geschlossen sein, bevor ich losfahren kann, damit keiner mehr auf die Fahrbahn kann. Also quasi auch nochmal so eine Sicherheitsverriegelung zusätzlich, die da nochmal mit drin ist. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann drücke ich hier Fahrbereit und dann als zweites Start. Also ich muss zwei Knöpfe betätigen, damit ich losfahren kann. Ja, und dann der Fahrablauf läuft bei uns manuell ab. Also wir haben kein Automatikprogramm. Wir machen es immer individuell. Individuell. Ja, individuell. Ja. Ja, der Fahrablauf läuft bei uns manuell ab. Wir haben kein Automatikprogramm. Wir passen unsere Fahrt immer aufs Publikum gerade drauf an. Ja, ich finde Automatikprogramm echt blöd. Ich muss sagen, ich bin am Samstag oder am Samstag in Euskir schon gewesen. Ja. Und da war ein Fahrgeschäft. Ich sage jetzt extra nicht welches, weil wir wollen ja keinem Schausteller irgendwas Böses unterstellen. Nee, aber das Fahrgeschäft war komplett im Automatikmodus. Das schaukelte dann und das war nicht rekommendiert. Das war, kann man, ist halt Freizeitpark. Ja, so kommt schon ein bisschen mehr Liebe rüber. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch für dich das, was am meisten Spaß macht. Die Interaktion mit dem Publikum dann. Ja, ja. Ja, wie gesagt, hier links kann ich dann einmal die Geschwindigkeit von den Arm regeln. Und hier auf der rechten Seite dann den Teller. Ja, wie du schon gesagt hast, die Gondeln sind freischwingend. Die drehen sich dann durch die Schwerkraft. Schwerkraft dann, ja. Die schwingen hin und her. Und dann kann ich einmal hier in der Mitte noch die Richtungswechsel machen. Ja, das ist ja ganz spannend. Also Richtungswechsel gehört irgendwie auch dazu, gerade bei dem Geschäft hier. Ja, also wir sind schon so am Schauen, dass die Fahrt immer ein bisschen anders ist. Wir halten auch viel mal oben an, dann halten wir mal links an, ein bisschen rechts, dass immer ein bisschen Pause zwischendurch ist, damit es auch nicht zu eklig wird. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit auf Vollgas fahren. Nee, ich bin auch gleich mal gespannt, wenn ich da drin sitze, wie das Ganze sich anfühlt, auch mit der Kombination mit diesen zwei Richtungen. Ja. Das ist schon echt gut. Ja, wie gesagt, wir spielen dann auch immer so ein bisschen mit der Fahrt, mit den Leuten. Ja. Ja, das ist echt gut. Habt ihr eigentlich hier in Soos auch ein Kombiticket für beide Geschäfte? Ihr steht ja hier mit beiden Geschäften sogar. Ja, wie es viele schon gehört haben, wir haben auch dieses Jahr wieder ein Kombiticket. Da wir, wie gesagt, mit beiden Fahrgeschäften hier sind, haben wir uns natürlich auch wieder was Schönes einfallen lassen. Wir werden ja damals schon, wo wir damals schon mit beiden Fahrgeschäften hier standen, hatten wir ja auch eins. Dieses Jahr haben wir nochmal neues, ein überarbeitetes. Ja, das ist eine tolle Idee, ne? Da kann man einmal Heimpass und einmal den Gravity fahren, für ermäßigter Fahrpreis. Fahrpreis dann, ne? Ja, na, was spart man dann, wenn man das macht? 1,50 Euro. So ein fairer Deal. Fährst du eigentlich auch beide Geschäfte? Fährst du selber auf den Geschäften, oder? Ja, klar, also wenn es Zeit ist, fahren wir auch mal selbst. Ja, ne? Was ist dein Lieblingsgeschäft? Also vom Fahrablauf macht der Heimpass mehr Spaß, weil da mehr Bewegung ist, ne? Ja, ich finde auch. Aber der Gravity ist natürlich auch eine sehr schöne Fahrt, aber die Fahrten kannst du eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ich denke mal, du kannst ja später auch mal beides fahren. Ja. Also die Fahrten sind komplett unterschiedlich, es ist keinerlei Vergleich, sie sehen halt nur ein bisschen gleich aus von der Art. Ja, und gerade das Thema Fahrpreis ist ja auch immer so ein Thema auf der Kirmes, ne? Und die hat ja die Preise relativ konstant gehalten, auch wenn es schwer fällt, ne? Ja. Weil im Prinzip alle sozialen Schichten auf der Kirmes vertreten sind und da muss man einfach die Balance halten und da finde ich gut, dass ich Schausteller da wirklich, ja, auch zusehen, dass jeder mitfahren kann am Ende des Tages, ne? Ja, also die Preise ist wirklich schwer geworden, wie du schon sagst. Es wird im Moment auch nicht leichter, ganz im Gegenteil, es wird für uns alles immer teurer. Wir müssen auch irgendwie, für jede Sache müssen wir mittlerweile Steuern zahlen, also glaube ich, wir müssen, glaube ich, bald schon die Hälfte von unseren Gewinnen abgeben an nur Steuern. Ja, und das andere ist ja dann Personal, Strom, das Fahrgeschäft an sich, die Transportkosten, jetzt brauchen wir noch einen LKW, um das alles zu transportieren und ja, das muss auch alles bezahlt werden, ne? Ja. Und dann hinzu kommt auch unser Personalmangel, da wird es auch im Moment nicht leichter mit, ganz im Gegenteil. Das ist auch schwierig, ne? Ja, viele haben sich auch, glaube ich, daran gewöhnt, zu Hause zu bleiben, ne? Und nicht mehr zu reisen, ne? Und unterwegs zu sein. Wie du schon sagst, dieses Jahr sind schon ein paar Fahrgeschäfte zu Hause gelebt, gerade wegen dem Personalmangels. Jetzt habe ich schon öfters gelesen, die Kirmes-Fans schreiben, jetzt kommt mir nicht mit Personalmangel. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil wenn wir kein Personal haben, dann können wir das Fahrgeschäft nicht aufbauen und dann bleibt es zu Hause. Ja. Und wie viel brauchst du, für das Fahrgeschäft aufzubauen, weil du wie viel Personal? Also ich muss auf jeden Fall zwei Mann noch dazu haben, ne? Ich arbeite selbst sehr viel mit am Auf- und Abbau. Ja, schöner ist natürlich mit drei Mann Personal noch dabei, aber es geht mit zwei. Ja. Dies Jahr muss es auch schon mal mit einem Mann Personal gehen. Echt? Das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Ich habe auch viel mit Kraner gearbeitet, weil man auch viele Teile einfach zu dritt tragen muss, ne? Ja. Und zu zweit ist es schon sehr, sehr schwierig, ne? Das ist schon schwieriger, ne? Trotz allem haben wir es dieses Jahr geschafft, ne? Ja. Wie lange brauchst du dann, wenn du zu zweit auf- und abbaust? Die Katastrophe. Solle, oder? Nein, das ist aber schon auf jeden Fall. Eigentlich, wenn ich ein eingespieltes Team habe, steht das Fahrgeschäft an einem Tag. Nächsten Tag wird dann nochmal abgewaschen in Pflege ein bisschen, ne? Aber so grob steht es dann eigentlich an einem Tag. Ja, und wenn mir der eine Mann Personal schon fehlt, dann sind es schon drei Tage auf jeden Fall, Wahnsinn, ja. Ich muss dann natürlich immer schauen, dass ich noch eine Aushilfe bekomme oder dass mein Vater vielleicht noch runterkommt mit einem Mann Personal, ne? Wir können uns eigentlich gegenseitig mal gut helfen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, zwei Mann Personal brauchst du auf jeden Fall schon, ne? Ja, und wie gesagt, das Schlimme ist, wir müssen auch jede Woche ja auch wirklich eine Veranstaltung halten, damit sich das am Ende alles rechnet. Also wir können jetzt nicht gerade mal sagen, ja gut, jetzt haben wir kein Personal, sagen wir jetzt die nächste Veranstaltung ab. Wir essen sich schön für die Veranstaltung so kurzfristig, weil ja unser Personal ist ja auch immer kurzfristig auf einmal weg dann. Ja. Von Erdboden verschwunden, sage ich mal, ohne Grund. Ja. Ich muss sagen, es ist auch sehr anstrengend, also wie schon gesagt, wir müssen jede Woche eigentlich eine Veranstaltung halten. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht, um die Kosten von den letzten Jahren wieder her reinzuholen. Ja, reinzuholen dann, ja. Und ja, es ist anstrengend, die meisten Veranstaltungen gingen bis Montag oder Dienstag und dann muss es Freitag schon wieder losgehen, ne? Wieder losgehen, ja. Und dann muss das Ganze auch schnell umgesetzt werden. Im Grunde genommen haben wir keinen Tag frei mehr dazwischen jetzt gehabt dieses Jahr. Das ist natürlich dann auch nicht so schön für das Personal, ne? Personal, ja. Wir haben eben gesagt, es sind schon einige Deko-Elemente neu gekommen dieses Jahr im Fahrgeschäft, ne, beziehungsweise Licht-Defekte, aber du hast natürlich auch Deko-Elemente, wie zum Beispiel, glaube ich, dieses Eingangsschild ist ganz neu, ne? Ja, also wie eben schon gesagt, wir sind immer dabei, was neu zu machen, versuchen eigentlich schon fast jede Veranstaltung etwas Neues zu machen, ja. Die Schilder habe ich jetzt hier extra für Soß nochmal neu gemacht, das sind die Eingangsschilder, dann haben wir da drüben nochmal eins hängen und drüben auf der anderen Seite nochmal zwei Ausgangsschilder, die sind jetzt hier in Soß nochmal neu dazugekommen. Und ansonsten wird auch immer ein bisschen mehr ins Thema reingegangen, ne? Da habe ich im Laufe des Jahres vorhin hier die Ketten nochmal erweitert, da wurden auch ein bisschen grünes Zeug dran gehangen. Ja, ja, und ich glaube, das ist auch... Also wir sind immer dabei. Ja, wir sind immer dabei und ich glaube, wenn wir einen Schausteller können ja eigentlich nicht ruhig sitzen, oder? Nee. Wie sieht bei dir eigentlich die Winterpause aus? Ja, die Winterpause ist natürlich, erstmal wird jetzt alles für den Weihnachtsmarkt dann wieder abgebaut und dann sind wir bis zum 3. Januar ungefähr beschäftigt. Ja, dann machen wir eigentlich mal kurz Pause, ein, zwei Wochen und dann geht's auch schon wieder los, ne? Dann werden die Waageschriffe, werden die teilweise auseinandergenommen, werden Teile neu lackiert. Jetzt im Winter habe ich auch wieder viel vor, da werden die Paletten hier neu gemacht. Ja? Ja, die Lautsprecher möchte ich hier immer wieder lackieren. Die Stangen hier werden lackiert. Das habe ich alles vor. Die Platte wird dann wieder neu lackiert. Das wird eigentlich jedes Jahr gemacht. Wir sind immer dabei. Ja, das Ganze, ich sage immer, das ist ja im Prinzip undokumentiertes Wissen, ne? Man macht ja eigentlich keine Ausbildung, genauso wie ich hier Kamera, Moderation, Videoschnitt, Musik, Musik, alles quasi als One-Man-Show mache, ne? Weil ich bekomme auch oft auch von euch als Kommentar, ja, ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, ich mache das alles komplett alleine. Und genau so ist es bei dir auch, ne? Du bist ja Elektriker, du bist Mechaniker, hier, du bist LKW-Fahrer, du kannst ja quasi, ja, wenn man überlegt, was wir alles an Fähigkeiten haben, ist das doch auch ein einzigartig, ne? Eigentlich müsstest du Schausteller schon fast so was wie eine eigene Ausbildungsgruppe. Ja, genau. Also Schausteller ist auf jeden Fall nichts Einfaches. Ja, genau. Und vor allen Dingen abwechslungsreich und vielfältig, ne? Und ich glaube, es ist auch mal genial, einfach hier mal zwei, drei, ja, ein, zwei Tage aufzubauen, ne? Oder abzubauen, mal, oder mal einen Tag Ruhe zu haben, aber jetzt an der Kasse zu sitzen, ne? Zu rekommendieren, das ist einfach vielfältig, was er macht. Ja, das auf jeden Fall. Und das macht das Schaustellerleben auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, du freust dich auch, wenn es eher jetzt so warmes Wetter ist, ne? Ja. Dann musst du mir denken, wir haben heute den, ich glaube, 2. November. Und wir haben hier sage und schreibe 15, 16 Grad jetzt. Und wir hatten ja gestern, glaube ich, auch mal über 20 Grad. Ja. So ungewöhnlich für die Jahreszeit. Aber, ja, auf der anderen Seite auch lockt es mehr Besucher dann wieder auf der Kirmes an, da Louis. Ja. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter hier auf dem Geschäft. Du hast eben schon mal erzählt von dem Wassereffekt, ne? Der ganz neu ist. Ja. Und wie hoch schießt die Fontäne? Boah, die gemessen habe ich es noch nicht, weil es immer schwierig ist, den Wasserstrahl zu messen, wenn er oben ist. Aber so zwischen 6 und 8 Meter kann ich schon hoch sein, ja. Das ist ja Wahnsinn. Da haben wir auch selbst gebaut. Ja, das zeigen wir euch gleich mal. Und ja, wenn Betrieb ist, haben wir hier auch nochmal so einen Brunnen eingebaut. Also hier läuft schon mal so gemütlich Wasser entlang. Ja. Und ja, da habe ich nochmal einen separaten Knopf und dann schießt da oben nochmal eine große Wasserfonteine raus. Quasi ist das sozusagen Dauerbrunnen hier, ne? Genau. Und der kann die Fontäne schießen. Genau. Und wie hast du das gemacht? Hochdruckreiniger oder was hast du reingebaut? Mit Luft. Mit Luft? Ja, das ist schon witzig. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du selbst drüber nachgedacht oder hast du das gesehen? Ja, also ich gehe auch selbst gerne in den Freizeitpark, so da guckt man sich natürlich auch, was da machen die gut, ne? Und was könnte man da auch mobil umsetzen, ne? Ja. Und ja, dann haben wir zu Hause in der Winterpause, habe ich mal ein bisschen getüftelt alleine, ein bisschen was gebaut in der Werkstatt. Guck, was so funktioniert hat. Ja, dann habe ich in der Werkstatt ein bisschen probiert. Dann hatte ich mir auch so eine Wassertonne gemacht, dann habe ich dieses Luftteil da reingehalten, habe ich mal auf Start gedrückt und dann war die ganze Werkstatt einmal nass und dann dachte ich, oh, das geht ab. Ja, das glaube ich. Also, naja. Aber das ist genau auf die Ideen, wo man dann kommt, ne? Ja. Wenn man dann irgendwo ist und man sieht, wie das Ganze dann gemacht wird. Ja. Und wie gesagt, das ist alles selbst gemacht. Auch hier, das ist ein Bauschau und dann noch mal mit Podiester drüber gemacht. Hast du dann lackiert, ne? Ja, lackiert. Natürlich auch vieles selbst. Ja. Haben wir auch selbst freigebracht. Die Tonnen hier, der ganze Wartebereich, der ist selbst von mir lackiert. Ach cool, sieht echt gut aus. Also, hast du gut gemacht. Danke. Ja, aber das ist ja, ich sage, du hast das Geschäft jetzt übernommen dieses Jahr, ne? Und das war wahrscheinlich auch für dich so ein richtig großer Moment, oder? Als du dann gesagt hast, so jetzt ist es ... Ja, eigentlich hat sich für mich es nicht geändert. Ich bin schon seit ich 16 bin, seit wir den Mr. Gravity haben, bin ich mit den High Impress unterwegs. Ja. Ja, Anfangszeit war mein Vater immer noch mit dabei. Denn die letzten Jahre habe ich eigentlich alles schon so gemacht, wie ich es wollte. Wollte, ja. Ja. Aber eigentlich ist er schon länger bei mir. Länger bei dir, ja. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Louis, für dieses Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen vom High Impress, mit dieser einzigartigen Fahrt, die das Ganze bietet. Und wir sehen uns jetzt gleich nochmal wieder mit der Verabschiedung. ... ... ... ... ... ... ... Wir sind in der Welt, wir sind in der Welt. Jetzt haben wir was los, wollen wir noch einen? Jetzt haben wir was los, wollen wir noch einen? Wir können gleich noch mal rein sein, glaube ich. Wunsch dahinter, Baby! Lose in sleep, I am in too deep, like an overdose, you're the antidote. Lose in sleep, I am in too deep, no matter where I hide, you got me sleep deprived. Baby, Lose in sleep, I am in sleep, I am in sleep, I am in sleep. I can't forget, you got me wrapped around, you feel me, your body wrapped around me, good and strange, who got me up to party, you and me, you got me losing, Lose in sleep, I am in too deep, like an overdose, you're the antidote. Lose in sleep, I am in too deep, no matter where I hide, you got me sleep deprived. Wow, super. Auch der schönste Aufleid geht mal zu Ende, so auch für mich hier am High Impress von Luis Oberschelf. Luis, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier die Einblicke in das Fahrgeschäft gegeben hast. Danke auch. Das war super, super spannend gewesen und ja, ich glaube, das bekommt der Zuschauer auch sonst sehr selten zu sehen. Ja, wenn dir das ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant von Block. Bleibt gesund, bis dahin, euer René. Burst du hier? Ich 번째 dollars! Wie hier? iks, ich sache, nein die Hölle, ich bin kein Tipp dazugender gekommen. Wie hier ist ta ach, nein die Hölle, ich bin im Tannen fliege! ARD Text im Auftrag von Funk